So ho meine Freunde, da bin ich wieder in Let's Play Yakutsa. Wir gehen zu ein Dojimas Hausbüro, whatever. Und mal schauen, was er mit unserer kleinen Yumi macht. Das wird hässlich. Okay. Yumi, Nishiki. Nishiki. Dojima... Kazuma, Dojima versucht zu schrauben Yumi. Also habe ich ihn verdammt. Ich habe es verloren, Mann. Ich habe den ganzen Kliff geöffnet. Yumi. Yumi. Hey, bist du okay? Ich habe es einfach zu töten. Top Kapitän des Tojo-Klan. Nishki. Geh Yumi und weg von hier. Was zur Hölle bist du? Du gehst Yumi und weg von hier. Was wäre mit deinem Freund, wenn du sie nicht da bist? Ich... Die nächste Operation könnte sein. Ja? Wie wird sie das durchführen? Without dich? Das ist deshalb, du musst jetzt verlassen. Aber... Du bist... Ichki, ich habe gesagt, weg von hier. Schau dir Yumi. Bitte. Kazuma. Jetzt wissen wir auch endlich, was passiert ist. Wie die Umstände gekommen sind. In dem Intro-Video haben wir es ja schon gesehen. Gehabt. Achei. Achei. Weißt du. Freize! Ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn verletzt. Ich hatte ein paar Probleme finanzielles. Ich mach mir das verletzt. Das ist genug. Das ist nicht genug. Dieser Mann ist ein großer Schuss, der versucht zu entwickeln seine eigene Familie. Er hat keine Probleme, er hat jemanden. Das ist juck. Wer hat das gemacht, wer hat das gemacht? Lass uns kurz und schlussen diesen Schuss. Scheiße! Detektiv. Ich hatte ein Ring auf mir. Das Ring. Kannst du es zu Fuma, der Liefer der Familie? Und bitte sag ihm, Aber ich bin sehr entschuldigt. Ich habe keine Worte. Ich weiß. Ich kann dir nichts sagen. Ich verstehe. Das sieht ziemlich bescheiden aus für Kazuma. Ich habe keine Worte. Ich bin nicht mehr. Ich habe keine Worte. Ich habe keine Worte. Ich habe keine Worte. Ich hat ihn unsur. Ich habe ihn unsur. Ich habe nicht komplett abgeholt? Als der dritte Klan des Tojochen. Es ist die Entscheidung, die Sie zu retten. Was passiert hier? Ich bin sehr sicher. Aber Fuma Oyabun hat mir gesagt, dass ich dir diese Angelegenheit zu geben. Das ist alles, was ich weiß. Was wird mit der Dojima passieren? Fuma Oyabun hat sich überlassen. Ich verstehe. Zeit ist auf. Anaki. Soll Yumi. Sie hat sie verloren, nach der Klan. Sie... Sie hat ihre Erinnerung verloren. Sie hat sie nicht vergessen. Sie hat sie nicht vergessen. Soll Sie oder Nischke. Alltfache, sie hat sie aus dem Krankenhaus. Entschuldigung. Fuma Oyabun hat mir gesagt, nicht zu erzählen, aber... Hey! Zeit ist auf. Wer versucht, sie zu finden? Ja. Nischke und Oyabun. Sie suchen sie. Sind Sie blind? Shinji. Find Yumi. Tell Nischke nicht zu stoppen, bis wir sie finden. Okay. Ich werde ihnen wissen. Hm. Okay. Nicht gut. Was? Wer glaubst du, du bist? Huh? Over da. Was ist passiert? Get the fuck off me, you piece of shit! Shut the hell up and come here! Huh. Everyone's got a short fuse around here. You look like you have a short fuse too. Right. It's you, ain't it? Aren't you the Yakuza who murdered his own boss? Shut up and eat. You look just like I thought. The dragon of the Dojima family. Huh. Kazuma kill you. What the fuck are you doing? What the fuck are you doing? You killed a captain of the Tojo clan. You had to know this was coming. Dojima Oyabun. We'll see you in hell. Hallo, Häftling 1356. Ich werde dir jetzt nicht anstreben. Hallöchen. Okay. Okay. Zack. Magenklatscher. Ah, das kennen wir ja. Zick. Was ist denn von mir? Zapp. Okay. Zack. Aua. Ist nicht weh. Let's do it. Gemein. Hier. Was ist denn ein Sparhocker? Hehe. Warte, knapp. Lege rein. Upsala. Okay. H-H-Häftling 1356 wird ganz schön ausdauern. Ich würde so sagen, ne? Aber es macht nichts. Es macht nichts. Es liegt da nämlich. Hehe. Große Fresser war nichts dahinter. Who sent you? Heh. Chairman Seda. The third chairman of the Tojo clan. What the hell is going on? Hm. Was geht da vor? Hm. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich bin ja mal gespannt. Wie das hier enden wird. Jo. Bitte. Bitte. Kapitel 2. Zehn Jahre später. Ach du scheiße. Okay. Zehn Jahre. Knast. Nicht nett. Nicht nett. Start. Eating. Es kam ein bisschen verändert. Hehe. Beveh. Beveh. Oh wow 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 wow. Prisoner 1240. Leitere für dich. Leitere? 首urt ein Mal in 10 Jahre, oder? Oh, ja, boh'n. Oh, ja, boh'n. Wer ist da? Oh, ja, boh'n. Jo. Oh, ja, boh'n. Oh, ja, boh'n. Oh, ja, boh'n. What's the reason for this meeting on such short notice? Niski's got something on his mind. Bullshit. Hey, who the hell do you think you are calling an emergency meeting, Niski? Oh, ja, boh'n. Oh, ja, boh'n. Oh, ja, boh'n. Bullshit. You're gonna lose more than just a finger. Chairman. This information, where did you get it? From Toronto. A lieutenant of the Omi family in Osaka. We will talk after I get more information. So, 10 billion. He's really gone? Yes. Stop fucking around! That money's everything the Tojo clan brought in over the years. Do you know how much blood we shed in order to collect it? You fucking prick. Shimano. Remember who you're talking to. Tojo headquarters. We'll take care of this matter. Thank you for coming today. Hey, wait! I'm not finished! 10 years. In the 10 years you've been in prison, the Tojo clan has changed a lot. I can't even come to pick you up when you get out. About Niski and Yumi, there are so many things I want to talk to you about. There's also something important I need to tell you. There's a bar called Stardust. I know the owner. His name is Kazuki. Meet up with him. You'll be expecting you. Shintaro Fuma. I'm going to see you in the next video. After all the time. I don't know if that's where Tamura is. I'm sure... ...we remember what he's still driving at the moment. ...as that he is coming back to him. I'm sure he's watching that... ...but that's next video... von Vista hin, meine Freunde. Tschüssi, Kostnyi.